hierauf bestellte der herr noch siebzig andere jünger und sandte sie paarweise vor sich her in alle städte und orte wohin er selbst zu gehen gedachte er sagte zu ihnen die ernte ist groß aber klein die zahl der arbeiter darum bittet den herrn der ernte daß er arbeiter auf sein erntefeld sende geht hin seht ich sende euch wie lämmer mitten unter wölfe nehmt kein geldbeutel kein ranzen und keine schuhe mit und lasst euch unterwegs mit niemanden in begrüßung ein wo ihr in ein haus eintretet da sagt zuerst friede sei mit diesem hause wenn dann dort ein kind des friedens wohnt so wird der segen den ihr ihm wünscht auf ihm ruhen andernfalls soll euer segen zu euch zurückkehren in demselben hause bleibt dann esst und trinkt was sie euch bieten denn der arbeiter ist seines lohnes wert geht nicht aus einem hause in ein anderes und wo ihr in eine stadt kommt und man euch aufnimmt da ist was man euch vorsetzt und heilt die kranken da selbst und sagt zu den stadtbewohnern das reich gottes ist nah zu euch gekommen wo ihr aber in eine stadt kommt und man euch nicht aufnimmt da geht auf ihre straßen hinaus und sagt sogar den staub der sich uns aus eurer stadt an die füße gehängt hat wischen wir ab damit er euch verbleibe doch das sollt ihr wissen das reich gottes ist nah herbeigekommen ich sage euch es wird sodom an jenem tage erträglicher gehen als einer solchen stadt wehe dir korazin wehe dir bezeider denn wenn in tyrus und sydon die wunder geschehen wären die bei euch geschehen sind so hätten sie längst in sack und asche sitzen buße getan doch es wird tyrus und sydon beim gericht erträglicher gehen als euch und du kapernaum wirst doch nicht etwa bis zum himmel erhöht werden nein bis zur hölle sollst du hinab gestoßen werden wer euch hört hört mich und wer euch verwirft verwirft mich wer aber mich verwirft verwirft den der mich gesandt hat die siebzig kehrten dann voller freude zurück und sagten her auch die bösen geister sind uns kraft eines namens gehorsam da antwortete er ihnen ich sah den satan wie ein blitz aus dem himmel herab gestürzt seht ich habe euch die macht verliehen auf schlangen und skorpione zu treten ja macht über das ganze herr des widersachers und nichts soll euch irgendwelchen schaden tun doch nicht darüber freut euch dass die geister euch gehorsam sind freut euch vielmehr darüber dass eure namen im himmel eingeschrieben stehen in eben dieser stunde jubelt jesus im heiligen geist mit den worten ich preise dich vater herr des himmels und der erde dass du dies vor weisen und klugen verborgen hältst und des unmündigen geoffenbart hast ja vater denn so ist es dein wille gewesen alles ist mir von meinem vater übergeben worden und niemand weiß wer der sohn ist als nur der vater und wer der vater ist als nur der sohn und wem der sohn ihn offenbaren will dann wandte er sich zu den jüngern besonders und sagte selig sind die augen die da sehen was ihr seht denn ich sage euch viele propheten und könige haben gewünscht das zu sehen was ihr seht und haben es nicht gesehen und das zu hören was ihr hört und haben es nicht gehört da stand ein gesetzeskundiger auf um ihn zu versuchen und fragte meister was muss ich tun um ewiges leben zu ererben jesus erwiderte ihm was steht im gesetz geschrieben wie lauten da die worte darauf antwortete er du sollst den herrn dein gott lieben vom ganzen herzen mit deiner ganzen seele mit all deiner kraft und mit deinem ganzen denken und deinen nächsten wie dich selbst jesus sagte zu ihm du hast richtig geantwortet tu das so wirst du leben jener wollte sich aber rechtfertigen und sagte zu jesus ja wer ist denn dein nächster da erwiderte jesus ein mann ging von jerusalem nach jericho hinab und fiel räubern in die hände die plünderten ihn aus schlugen ihn blutig ließen ihn halbtot liegen und ging davon zufällig kam ein priester jene straße gezogen und sah ihn liegen ging aber vorüber ebenso kam auch ein levit an die stelle sah ihn und ging vorüber ein samariter aber der auf der reise war kam in seine nähe und als er ihn sah fühlte er mitleid er trat an ihn heran verband ihm die wunden und goss öl und wein darauf dann setzte er ihn auf sein eigenes maultier brachte ihn in eine herberge und verpflegte ihn am folgenden tage holte er zwei silberstücke heraus gab sie dem wirt und sagte verpflege ihn und was es dich etwas mehr kostet will ich dir bei meiner rückkehr ersetzen wer von diesen dreien hat sich nun nach deiner ansicht dem unter die räuber gefallenen manne als nächster erwiesen jener antwortete der welcher die barmherzigkeit an ihm geübt hat da sagte jesus zu ihm so geh hin und handle du ebenso als sie dann weiter wanderten kam er in ein dorf und eine frau namens martha nahm ihn in ihrem hause auf diese hatte eine schwester namens maria die sich dann zu den füßen des herrn niedersetzte und seinen worten zuhörte martha dagegen ließ sich durch vielerlei nun trat sie zu ihm und sagte her machst du dir nichts daraus dass meine schwester die bedienung mir allein überlässt sag ihr doch dass sie mir zur hand gehe aber der herr antwortete ihr martha martha du machst dir sorge und mühe um vielerlei aber nur weniges ja nur eins ist nötig denn maria hat sich das gute teil erwählt das soll ihr nicht genommen werden jesus betete einst unterwegs an einem orte und als er damit zu ende war sagte einer seiner jünger zu ihm her lehre uns beten wie auch johannes seine jünger es gelehrt hat da sagte er zu ihnen wenn ihr betet so sprecht vater geheiligt werde dein name dein reich komme unser auskömmliches brot gib uns tag für tag und vergib uns unsere versündigungen denn auch wir selbst vergeben allen die sich an uns verschulden und führe uns nicht in versuchung dann fuhr er fort wer von euch hätte ein freund und ginge mitten in der nacht zu ihm und sagte zu ihm freund denn ein freund von mir ist auf der reise zu mir gekommen und ich habe ihm nichts vorzusetzen und jener würde von drin antworten belästige mich nicht die tür ist schon zugeschlossen und meine kinder liegen bei mir im bett ich kann nicht aufstehen und es dir geben ich sage euch wenn er auch nicht aus freundschaft aufsteht und ihm das gewünschte gibt so wird er doch wegen der rücksichtslosen dreistigkeit jenes aufstehen und ihm geben so viel er bedarf so sage denn auch ich euch bittet so wird euch gegeben werden sucht so werdet ihr finden klopft an so wird man euch auftun denn jeder der der bittet empfängt und wer der sucht der findet und wer anklopft dem wird man auftun wo wäre aber unter euch ein vater der seinem sohn wenn er ihn um brot bittet einen stein gebe oder wenn er ihn um einen fisch bittet wird er ihm stattdessen wohl eine schlange geben oder einen skorpion statt eines eis wenn nun ihr die ihr doch böse seid euren kindern gute gaben zu geben versteht wie viel mehr wird euer vater vom himmel her heiligen geist geben denen die ihn darum bitten er trieb dann einen bösen geist aus der stumm war und als der böse geist ausgefahren war konnte der stumme sprechen da geriet das volk in erstaun einige von ihnen aber sagten im bunde mit belzebul dem obersten der bösen geister treibt er die geister aus andere widerstellten ihn auf die probe indem sie von ihm ein wunderzeichen vom himmel her verlangten weil er jedoch ihre gedanken kannte sagte er zu ihnen jedes reich das in sich selbst uneinig ist wird verwüstet und ein haus darin stürzt auf das andere wenn nun auch der satan mit sich selbst in zwiespalt gerät wie wird sein reich bestand haben können ihr behauptet ja dass ich die geister im bunde mit belzebul austreibe wenn ich aber die geister im bunde mit belzebul austreibe mit wessen hilfe treiben eure eigenen leute sie aus darum werden diese eure richter sein wenn ich aber die geister durch gottes finger austreibe so ist ja das reich gottes schon zu euch gekommen solange der starke in voller rüstung seinen palast bewacht ist sein eigentum in sicherheit wenn aber ein stärkerer ihn überfällt und besiegt so nimmt er ihn seine rüstung auf die er sich verlassen hatte und teilt die bei ihm gewonnene beute aus wer nicht mit mir ist der ist wider mich und wer nicht mit mir sammelt der zerstreut wenn der unreine geist von einem menschen ausgefahren ist so durchirrt er wüste gegenden und sucht dort eine ruhestätte und wenn er keine findet so sagt er ich will in mein haus zurückkehren das ich verlassen habe wenn er dann hinkommt findet er es schön gefegt und aufgeräumt hierauf geht er hin und holt sich noch sieben andere geister die schlimmer sind als er selbst und sie ziehen ein und wohnen dort und das ende wird bei einem solchen menschen schlimmer als der anfang als er so redete erhob eine frau aus der volksmenge ihre stimme und rief ihm zu selig ist der schoß der dich getragen und die brust die dich genährt hat er aber erwiderte jawohl selig sind die welche das wort gottes hören und bewahren als dann immer noch mehr volk herbeiströmte begann er zu sagen das gegenwärtige geschlecht ist ein böses geschlecht es verlangt ein zeichen doch es wird ihm kein zeichen gegeben werden als das zeichen des propheten jona denn wie jona für die einwohner von ninive zu einem zeichen wurde so wird es auch der menschensohn für dieses geschlecht sein die königin aus dem süden wird im gericht mit den männern dieses geschlechts als zeugen auftreten und ihre verurteilung herbeiführen denn sie kamen von den enden der erde um die weisheit salomos zu hören und hier steht doch einer der größer ist als salomo die männer von ninive werden im gericht mit diesem geschlecht als zeugen auftreten und seine verurteilung herbeiführen denn sie haben auf jonas predicht hin buße getan und hier steht doch einer der größer ist als jona niemand zündet ein licht an und stellt es in einen verborgenen winkel oder unter den scheffel sondern auf den leuchter damit die eintretenden den hellen schein sehen die leuchter deines leibes ist dein auge solange nun dein auge gesund ist hat auch dein ganzer leib licht wenn es aber nichts taugt so ist auch dein leib im finstern darum gib acht dass das licht in dir sich nicht verfinstere ist nun dein ganzer leib ins licht getreten und kein teil an ihm im finstern geblieben dann wird er ganz so durchleuchtet sein wie wenn das äußere licht dich mit seinem hellen schein bestrahlt im anschluss an diese rede bat ihn ein pharisäer zu mittag bei ihm zu essen er ging auch zu ihm ins haus und setzte sich ohne weiteres zu tisch als der pharisäer das sah äußerte er seine verwunderung darüber dass jesus sich vor dem essen nicht zunächst gewaschen habe da sagte der herr zu ihm nun ja ihr pharisäer haltet die außenseite des bechers und der schüssel rein euer inneres aber ist voll raubgier und bosheit ihr toren hat nicht der welcher das auswendige geschaffen hat auch das inwendige geschaffen gebt nun das was sich darin befindet als almosen seht dann habt ihr alles rein aber wehe euch pharisäern ihr gebt den zehnten von minze raute und jedem anderen gartengewächs geht aber an der rechtspflege und an der liebe zu gott vorüber diese beiden sollte man üben und jenes nicht unterlassen wehe euch pharisäern ihr liebt den ehrenplatz in den synagogen und wollt auf den märkten gegrüßt sein wehe euch ihr seid wie die unkenntlichen gräber über welche die leute hingehen ohne es zu wissen dann nahm einer von den gesetzeskundigen das wort und sagte zu ihm meister mit solchen worten beleidigst du auch uns er aber entgegnete wehe auch euch gesetzeskundigen denn ihr ladet den menschen unerträgliche lasten auf rührt aber selbst die lasten mit keinem finger an wehe euch ihr erbaut den propheten grabmäler während eure väter sie getötet haben damit tretet ihr als zeugen für die taten eurer väter auf und schenkt ihnen beifall denn jene haben sie getötet und ihr errichtet ihnen bauten darum hat auch die weisheit gottes gesagt ich werde zu ihnen propheten und apostel senden von denen sie einige töten und verfolgen werden damit das blut aller propheten das seit grundlegung der welt vergossen worden ist an diesem geschlecht gerecht werde vom blut der abels an bis auf das blut zacharias der zwischen dem brandopfer alter und dem tempelhause seinen tod gefunden hat ja ich sage euch es wird an diesem geschlecht gerecht werden wehe euch gesetzeskundigen ihr habt den schlüssel zur erkenntnis des heils weggenommen ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt die welche hineingehen wollten daran gehindert als er dann von dort weggegangen war begann die schriftgelehrten und die pharisäer ihm mit erbitterung zuzusetzen und ihn über immer mehr dinge auszufragen wobei sie ihn belauerten um ein unbedachtes wort aus seinem munde aufzufangen die wahrheit macht frei wenn es nicht frei macht dann ist es der falsche weg wer der lüge glauben schenkt der verliert die wahrheit und sein leben sei wachsam und lass dich nicht verführen gehe den geraden weg nicht zurück wenn du zweifelst dein rat ist wertvoller als gold vielen dank bestelle das fiebelheft kostenlos und versand kostenfrei auf fiebelzeit.de 7. 8. 9. 11. 11.